Wir spielen die Hits FFH! Hit Radio FFH! Wir spielen die Hits Hit Radio FFH! Wir spielen die Hits Hit Radio FFH! Wir spielen die Hits Hit Radio FFH! Immer fünf Minuten früher informiert. Die Nachrichten bei Hitradio FFH. Gleich. FFH. Wir spielen die Hits. Hitradio FFH. FFH. Die Nachrichten. 5 vor 4. Hessen und die Welt. Polonium. Vielleicht vier Menschen in Hamburg verstrahlt. Ad-Op. Streit um chinesische Bauarbeiter. Wind und Regen bis 6 Grad. FFH Nachrichten. 5 Minuten früher informiert. Ich bin Christine Schumann. Guten Tag. FFH Staupilot. Besser ankommen mit dem schnellsten Verkehrsservice. Hallo. Würzburg-Frankfurt. Die A3. Da haben wir eine Vollsperrung in Höhe Aschaffenburg. in beiden Richtungen nach einem großen Unfall mit mehreren Fahrzeugen in einer Baustelle. Das Wetter am FFH-Land mit Norbert Linke. Auch in der kommenden Nacht gibt es Wolken. Oft regnet es. Es wird 6 bis 8 Grad kühl. Hallo Hessen. Ich bin Stefan Holler. Hier ist Hessens Hitradio. FFH mit den FFHits. Schönes Wochenende. Wir spielen die Hits. Hitradio FFH. Wir spielen die Hits. Hitradio FFH. Hallo Hessen. Ich bin Sarah Neuburg. Hier ist Hessens Hitradio. FFH. Spielen Sie gegen Hessens witzigsten Frühmoderator Johannes Scherer. Spielen Sie um 10.000 Euro. Wissen Sie die Antwort auf Johannes' Frage? Und das ist die 10.000 Euro Frage. Was ist in der Mitte? Rot-Weiß. Wir versuchen gleich mal Johannes zu besiegen. 0137 690 19 72 5. Worauf warten Sie? Holen Sie sich die 10.000 Euro. Jetzt. Scherer will's wissen. Bei Hitradio FFH. Wir spielen die Hits. Hitradio FFH.